Felix Lohkämper, ihr hattet jetzt einen Tag das Spiel ein bisschen zu verarbeiten. Wie ist es so einen Tag später? Ja, im Endeffekt sind wir schon sehr enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Andererseits können wir auch teilweise stolz darauf sein, wie wir immer wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, mit zehn Mann war das gestern aber nicht einfach und das ist auf jeden Fall positiv. Wie war so auch die Stimmung im Bus in der Heimfahrt? Ja, natürlich war die jetzt nicht Bombe. Wir waren schon traurig, weil ich glaube, da war gestern auf jeden Fall viel möglich. Wir sind gut in Führung gegangen mit 1-0. Das war, glaube ich, sehr wichtig auswärts. Das hat uns eigentlich auch gut getan und dann war halt die blöde Situation mit der roten Karte und das gibt halt dann so ein ganzes Spiel. Du sprichst das an, ihr wart in Führung, ihr hattet auch eigentlich komplett im Griff bis zur 61. mit dem Elfmeter, natürlich auch unglücklich. Ich glaube, ich weiß nicht, Asker wollte wahrscheinlich gar nicht mit Absicht, denn das war eher ein Reflex, oder? Ja, ich glaube, als Verteidiger will man halt immer mit allem das Tor verteidigen, dass er dann dagegen in den Arm geht. Ich weiß gar nicht, ich habe die Bilder noch gar nicht so genau gesehen. Ich glaube, man kann es geben. Das ist natürlich dann schon sehr bitter. Eine rote Karte und Elfmeter ist natürlich dann schlechter, als wenn wir einfach das Tor bekommen hätten. Ihr seid dann wieder in Rückstand geraten, aber auch zweimal in Unterzahl zurückgekommen. Also Comeback-Qualitäten habt ihr ja auch durchaus. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Ich glaube, wir haben einfach auch gute Mentalität gestern gezeigt. Jeder Spieler hat man gestern gesehen, egal ob man eingewechselt wurde oder alle von Anfang an haben Gas gegeben und wollten unbedingt. Deswegen tut es natürlich umso mehr weh. Es zieht sich ja so ein bisschen durch die Saison, dass ihr es irgendwie nicht schafft, Führungen oder auch Unentschieden, wenn man wieder rangekommen ist, über die Zeit zu bringen. Was war gestern der entscheidende Punkt? Ja, entscheidend ist eventuell, dass wir auswärts drei Tore schießen und trotzdem das Spiel nicht gewinnen. Ich glaube, da müssen wir ansetzen, weil auswärts erst mal drei Tore zu schießen und die Möglichkeit, mit dem Elfmeter sogar vier zu schießen, ist schon mal eigentlich richtig stark. Und dann darf man halt auch nicht viel kriegen. Drei Elfmeter, sechsmal Videobeweis, das war relativ turbulent. Hast du auch so eine Schlussphase insgesamt, wie es die letzten zehn Minuten war, schon mal erlebt in deiner Karriere? Nee, ich glaube, jeder, der da gestern auf dem Platz war oder im Stadion hat so ein Spiel noch nie erlebt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war gestern auch nicht mehr schön. Da waren mehr Unterbrechungen, man hat mehr gestanden und gewartet, was passiert, als gespielt. Und ich glaube, das will kein Spieler und auch kein Fan. Dann hattet ihr ja kurz vorm Ende, hast du ja noch mal den Elfmeter rausgeholt, warst ja frisch drin, hast gleich eine gute Aktion gehabt sozusagen. Dann hat es uns ein bisschen gewundert, dass Michael Frey den geschossen hat. Glaubst du, dass Johannes ihm einfach quasi das Tor gönnen wollte sozusagen? Oder gibt es da eigentlich eine Nummer eins bei euch? Also eigentlich ist ja Johannes Geist der Schütze, oder? Ja, Johannes hat schon einen gemacht. Ich glaube, Micha hat sich in dem Moment einfach auch gut gefühlt. Ich glaube, jeder hat schon mal in der Situation, es ist nicht ganz einfach in den 90. Elfmeter zu schießen. Deswegen macht da keiner Michi einen Vorwurf. Ich glaube, er wollte es auch unbedingt. Und ich glaube, das ist halt im Fußball. Mal macht man den rein und mal nicht. Natürlich ist es bitter, aber da machen wir eben keinen Vorwurf. Was hat der Trainer euch auch nach dem Spiel gesagt? Weil insgesamt habt ihr ja wirklich eigentlich eine gute Leistung über weite Strecken gezeigt. War die bessere Mannschaft? Ja, er hat gerade auch das angesprochen, dass wir einfach auch mit zehn Mann den absoluten Willen an den Tag gelegt haben. Und da war er dann auch teilweise sehr stolz auf uns. Natürlich gibt es auch ein paar Bereiche, dass wir die Gegentore natürlich auch nicht zu einfach kriegen sollen. Da war er natürlich auch nicht zufrieden. Aber erstmal haben wir eine gute Grundeinstellung an den Tag gelegt und ich glaube, das fand er ganz gut. Letzte Frage. Fußball ist ja auch immer Tagesgeschäft. Das heißt, jetzt abhaken, es geht in eine neue Woche. Das ist ja auch irgendwie das Schöne. Wie schafft ihr es jetzt auch die Woche, die Köpfe wieder aufzurichten für das nächste Spiel? Ja, ich glaube, im Fußball ist das Schöne, wie du schon gesagt hast, dass wir einfach nächste Woche gegen Regensburg die Möglichkeit haben, das auszubügeln. Und ich glaube, wenn wir da von Anfang an mit Elfmann dann auch diese Mentalität an den Tag legen, dann werden wir da auch vom Sieger in den Platz gehen. Super, vielen Dank und schau, dass du ins Warme kommst. Danke dir. Servus. Servus. Passt, passt. Ja, Lukas Mühl, für Außenstehende oder für neutrale Fans ein wahnsinniges Spiel gestern, aber für euch, glaube ich, das Ende natürlich echt unglücklich, oder? Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Das Ergebnis ist enttäuschend. Wir werden uns das anders vorgestellt. Aber ich glaube, so ein Spiel erlebt man in seiner Karriere nicht mehr so oft, was da alles abgelaufen ist. Da gab es ein Hin und Her und ein Auf und Ab. Und ja, leider haben wir am Ende dann das Ding verloren. Und ja, aber trotzdem will ich die Mentalität hervorheben, weil es ist nicht normal, dass man mit dem Mann weniger rote Karte und dann gleich mit dem Elfer das 1 zu 1 bekommt, dass man da immer so zurückkommt. Und wir haben wirklich nicht aufgegeben und immer nach vorne gespielt. Und ja, wir werden die positiven Dinge mitnehmen. Wir werden das auch analysieren, was wir nicht so gut gemacht haben. Und dann gegen Regensburg wollen wir das besser machen. Du sprichst es an, ihr wart eigentlich über lange Strecken die bessere Mannschaft, wart in Führung, habt dann seit zweimal in Unterzahl zurückgekommen. Woran liegt es, dass ihr es aktuell nicht schafft, die Punkte dann auch mitzunehmen oder zumindest abgesehen vom Elfmeter, dass man einfach nicht mal eine Führung über die Zeit guckt hat? Ihr hattet auch das mit der roten Karte natürlich. Aber was ist so das Grundproblem, dass es einfach nicht für 90 Minuten reicht? Ja, spielt natürlich auch im Fußball ein bisschen das Glück eine Rolle. Du musst natürlich die entscheidenden Momente auf deine Seite ziehen. Das passiert mit harter Arbeit. Das musst du dir verdienen. Und ich glaube, wir kommen immer näher an das Ding heran. Momentan reicht es noch nicht ganz. Aber wir arbeiten da wirklich hart daran, jede Woche, dass wir das auch mal das Momentum, wie man so schön immer sagt, auf unsere Seite ziehen. Und ja, wir werden das intern ganz klar ansprechen, was die Dinge sind, die wir verbessern können. Und viele Dinge laufen ja schon gut. Und das müssen wir dann in eine gute Balance bekommen. Und dann glaube ich, werden wir das auch hinbekommen über 90 Minuten. Was hat der Trainer nach dem Spiel auch zu euch gesagt? Hat er euch aufgebaut oder was waren so die groben Tenors sozusagen? Ja, er hat uns aufgebaut und gesagt, für den Trainer draußen war es natürlich auch ein verrücktes Spiel. Und ja, da sind die Emotionen natürlich sehr hoch gewesen. Aber er hat uns natürlich aufgebaut, wie ich schon gesagt habe, dass die Mentalität auf jeden Fall gut war, dass wir immer wieder aufgestanden sind, nie aufgegeben haben. Und ja, trotzdem muss man dann halt auch ansprechen, dass wir die Tore verhindern. Und das werden wir im Kollektiv dann auch machen und besser machen wollen. Jetzt war es natürlich so, dass ihr in der 98. nochmal einen Elfmeter hattet. Vorher hat Johannes Geisin verwandelt, dann hat Michael freigeschossen. War für uns ein bisschen überraschend. Aber es war ja schon auch so, dass er eben den Treffer quasi schenken wollte sozusagen, oder? Ja, absolut. Michael hat vorher ein Tor gemacht. Er war voller Selbstvertrauen. Wenn der Stürmer fragt, dann sagt man natürlich nicht nein. Und dann hat er, wenn er die Verantwortung übernimmt, dann hat er halt jetzt nicht getroffen. Ist nun mal so im Fußball. Er ist ihm keiner böse. Wir stehen zusammen. Er ackert sehr viel für uns. Ja, er geht Wege ohne Ende. Und da ist ja natürlich keiner böse. Und wenn der nächste Elfer kommt, dann haut er ihn wieder rein und dann ist die Sache auch erledigt. Aber der eigentliche Etage zu Nummer eins ist Juro, oder? Ja, er schützt sich nochmal der Geissi. Aber er hat ihm das überlassen, was ich auch gut finde, wenn sich einer gut fühlt und sagt, hey, gib mir das Ding. Und wie gesagt, er hat ja schon ein Tor gemacht. Ja, das ist am Ende immer so beim Elfmeter. Geht er rein, sagen alle super, geht er nicht rein, sagen alle super, ist schlecht irgendwie. Aber wir stehen da zusammen und dann haut er den nächsten wieder rein. Was macht ihr jetzt die Woche, um euch wieder aufzurichten für das nächste Spiel? Das ist ja immerhin ein Tagesgeschäft. Das heißt, man kann abhaken und für das nächste Spiel schon planen. Ja, du sagst es. Tagesgeschäft. Jetzt sind wir morgen frei. Und dann geht die Woche am Montag los. Wir bereiten uns auf Regensburg vor. Wir spielen zu Hause, wollen da gewinnen von den eigenen Fans, die uns gestern wieder super unterstützt haben. Und da werden wir Gas geben und dann die drei Punkte holen wollen. Letzte Frage. Regensburg auch irgendwie eine Wundertüte. Weiß man nie, was man so bekommt gegen die. Ja, Regensburg hält sich schon ein paar Jahre in der zweiten Liga, glaube ich, immer unangenehm zu spielen. Ja, ich glaube, da werden viele lange Bälle auf uns zukommen. Sie wollen die Gegner immer ein bisschen auch unter Druck setzen. Darauf müssen wir uns vorbereiten und da werden wir den richtigen Plan die Woche angehen und dann umsetzen wollen. Schrei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.